Nach zweiwöchiger Pause zurück und es hat sich eigentlich nichts getan, oder? Also der Goldpreis immer noch in der Konsolidierung gefangen, Silber ebenso. Da wir die Holiday Season in Nordamerika hatten, gab es auch relativ wenig Meldungen von Unternehmensseite. Auf der einen Seite waren wir schon durch gewesen mit der Earnings Season für Q2. Und auf der anderen Seite, ja, es kam das ein oder andere Bohrergebnis herein, da kümmern wir uns auch noch drum in den nächsten Sendungen. Aber so der ganz große Newsflow war nicht da. Es ist eben eigentlich jedes Jahr das gleiche, so Punkt diese Q2 Earnings Season abgeschlossen ist, also die Q2 Zahlen durch sind ab ungefähr Mitte August. Da geht es dann so rapide nach unten mit dem Newsflow. In Amerika, Kanada geht jeder in Urlaub, in die Ferien, nicht nur die Firmenchefs, sondern eben auch die Händler an den großen Desks. Und das Tradingvolumen geht in der Regel etwas nach unten und ja, es ist eine relativ verrückte Zeit. Natürlich kann sich beim Goldpreis selbst was tun, aber wie gesagt, Newsflow seitens der Bördozenten insbesondere geht dann noch deutlich nach unten. Was ist noch zu tun? Wir müssen was Neues machen. Wir grüßen Tobi. Wir haben nämlich eine neue Kollegin und die Kollegin sagte, hey, ich habe einen guten Kumpel und der heißt Tobi. Und er schaut immer die Sendung und er ist so zu der Börse gekommen, also wenn ich wirklich etwas zur Aktienkultur beitragen konnte mit der Sendung, dann herzlich willkommen. Tobi, fühlen Sie sich gegrüßt? Mich freut es, wenn jemand über diese Sendung tatsächlich an die Börse findet. So, und jetzt zum Goldpreis. Ja, wie gesagt, recht viel gibt es nicht zu sagen. Ich hatte es ja eigentlich schon mal gesagt. Wir hatten Anfang August dieses Tief bei ungefähr 1.860 Dollar. Das ist bis jetzt so auch nicht wieder erreicht worden. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in der nächsten Schwächephase vielleicht nochmal den Bereich 1.880, vielleicht auch dieses 1.860 nochmal anlaufen. Warum sage ich nächste Schwächephase? Ich glaube, dass wir jetzt die nächsten Tage vielleicht noch ein bisschen Stärke haben werden, auch wenn es heute gerade nicht so ausschaut. Was, 14 Dollar? Das kann nicht stimmen. Das ist ein falscher Bezugswert wahrscheinlich. Dass wir in den nächsten Tagen noch ein bisschen Schwäche haben werden, noch ein bisschen Stärke haben werden. Dann eventuell noch eine Schwächephase, Anfang übernächster Woche. Und dann der Goldpreis die nächste Rallyephase, wie es so schön heißt, einläutet. Und seinen Anstieg Richtung unseres Ziels von ungefähr 2.000, na das war ein komischer Zweier, 2.200 bis 2.300 Dollar beginnt. Gut, also das wäre so das Ziel, das Grube, aber denken Sie mal, wir sind in einem Bullenmarkt und im Bullenmarkt passieren dann in der Regel die Überraschungen auf der Oberseite. Also sollten wir ein bisschen aufpassen, dass uns nicht irgendwann die Kurse einfach davonlaufen. Wenn wir tatsächlich irgendwann deutlich über 2.000, vielleicht so über 2.020 ausbrechen, dann wäre das schon ein Zeichen, dass wir hier diese nächste Phase der Aufwärtsbewegung schon eingeläutet haben. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir zunächst erst nochmal ein bisschen Stärke, nochmal eine Schwächephase und dann nach oben ausbrechen werden. Silberpreis könnte ich Ihnen jetzt das Ganze nochmal erzählen, das wird relativ analog ausschauen. Also auch hier haben wir das Tief eigentlich schon Anfang August eingezogen. Seitdem konsolidieren wir so einen Sägezahnmarkt, mal hoch, mal runter, seitwärts. Jetzt auch hier denke ich, wir werden noch ein bisschen Schwäche sehen, bevor wir dann die nächste Ziel und Ziel für Silber wäre bei uns tatsächlich so im Bereich von 35 Dollar. Das wäre schon, wenn ich Ihnen das am Anfang des Jahres gesagt hätte, hätte es keiner geglaubt. Also von daher, das wäre so das ideale Ziel. Übrigens mal zwei Sachen zu dieser Gold-Silber-Ratio noch. Und zwar, die Gold-Silber-Ratio ist jetzt deutlich gefallen. Wir waren ja so schon im dreistelligen Bereich gewesen. Jetzt sind wir wieder so in den 70er-Bereich heruntergefallen. So, der historische Durchschnitt ist ungefähr bei 59. Das heißt aber nicht, dass diese Gold-Silber-Ratio auf 59 fällt und dort verhalt. Tatsächlich, wenn man sich das anschaut, es war die seltenste Zeit irgendwo bei 59 oder 55 oder was dieser Durchschnitt ist. Sondern wir haben jetzt eine Zeit gesehen, in der die Gold-Silber-Ratio eine sehr, sehr lange Zeit höher gestanden war als über diesen historischen Durchschnitt. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn man dann auch mal wieder eine Zeit sehen würde, wo sie deutlich darunter notiert. Und das würde eben bedeuten, dass sich der Silberpreis in dieser Zeit besser entwickelt als der Goldpreis. Also von daher hängen sie sich nicht zu sehr an diesem historischen Durchschnitt auf. Der ist einfach nur errechnet worden. Und wie gesagt, man ist ja nie in diesem Durchschnitt, sondern man ist eine Zeit lang darüber, wieder eine Zeit lang darunter. Und es spricht eben einiges dafür, dass wenn wir eine sehr, sehr lange Zeit, was wir jetzt hatten, über diesen historischen Schnitt tendieren, dass wir auch durchaus mal eine lange, längere Zeit darunter tendieren werden. Was anderes habe ich auch noch gesehen, das war so eine Zahl, die mir vor kurzem ins Auge geschwungen ist. Institutionelle Investoren haben nur 0,5% ihres Volumens oder ihres Investmentvolumens im Edelmetallbereich investiert. Und zu diesem Peak Ende der 80er Jahre, als der Goldpreis so gestiegen ist, in einer stadtflationären Phase, damals waren es 5% gewesen. Und jetzt sagt man natürlich, vielleicht kommt es wieder, ja, vielleicht kommt es wieder. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine längere Phase mit einem Aufschwung bei Gold und Silber. Und die ganzen Assets, die Gold- und Silberaktien ein höheres Volumen bekommen, also eine höhere Marktkapitalisierung bekommen. Und vielleicht erleben wir auch irgendwann mal nicht nächstes Jahr und wahrscheinlich auch nicht übernächstes Jahr, mal eine längere Schwächephase von den Aktien, wo die ein bisschen an Marktkapitalisierung verlieren. Und dann kann es durchaus sein, dass das Volumen deutlich steigt von dem. Also auch da, das sind so ein bisschen Rechenbeispiele. Ich glaube, da sollte man sich nicht zu sehr daran aufhängen. Wichtig ist, glaube ich, für uns, dass wir erstmal jetzt aller Voraussicht nach, es gibt keine Garantien an der Börse, aller Voraussicht nach, gegen Ende des Septembers so die nächste Stufe nach oben sehen werden. Und wenn Sie einen fundamentalen Grund wollen, das haben Sie wahrscheinlich gestern auch im Gold-Telegramm gelesen, wenn Sie einen fundamentalen Grund möchten, dann könnten Sie zum Beispiel hergehen und können sagen, okay, da wirft so diese US-Präsidentschaftswahl ihre Schatten voraus oder ihren Schatten voraus. Wir haben ja diese Wahl Anfang November, Biden oder Trump, Trump oder Biden. Momentan führt ja der demokratische Präsidentschaftskandidat relativ deutlich. Aber ich glaube tatsächlich, diese Messe ist noch nicht gelesen. Wir hatten das bei Clinton gegen Trump vor vier Jahren auch ähnlich gehabt. Da war auch Clinton vor eine Gelegenheit und am Schluss lief eben Trump den Rang ab. Natürlich kann man so von der Berichterstattung her denken, okay, der hat das Land gespalten, er hat so viel verkehrt gemacht, auch bei Corona etc. etc. Aber ich glaube tatsächlich, diese Wahl ist noch lange nicht entschieden. Und ich glaube, er wird aufholen und es wird wahrscheinlich spannender werden, als manch einer momentan vermuten mag. So, diese Sendung steht so ein bisschen, auch die nächste Sendung steht so ein bisschen unter dem Titel. Zehn Aktien, die Sie in Ihrem Portfolio haben sollten, könnten oder einige davon im Portfolio haben sollten oder könnten, wenn denn die nächste Rallysstufe beim Goldpreis losgeht. Eine davon ist Barrick Gold und zwar ganz einfach, die Aktie hält sich sehr, sehr gut. Natürlich hat Barrick Gold diesen Buffett-Bonus, also wir haben gesehen, dass Warren Buffett in Barrick Gold investiert hat und es hat der Aktieauftrieb gegeben. Die hat diese Woche, also in der zu Ende gehenden Woche, hat die Aktie ein neues, zyklisches Hoch erzielt. Das hat fast keine andere Goldaktie vollbracht, dieses Kunststück. Von daher spricht es ein bisschen dafür, dass Barrick Gold auch in Zukunft stark performen wird. Wir müssen nicht die ganze Story nochmal durchgehen. Also ich denke tatsächlich, unter den großen Goldproduzenten sieht Barrick Gold momentan als eine der besten Aktien da. Also es steht als eine der besten Aktien da. Und deshalb sollte man sie durchaus auch ins Portfolio nehmen, wenn man denn unter diesen großen Goldproduzenten etwas kaufen möchte. Vielleicht ist dem einen oder anderen ein bisschen langweilig. Übrigens, das ist auch wichtig, was ich jetzt sage, Sie müssen ein bisschen auf Ihre eigene Risikoklasse abstellen. Wenn Sie nicht kennen, fragen Sie mal Ihren Bankberater, der weiß es mit Sicherheit. Von daher, also schauen Sie mal ein bisschen, ob das, was wirklich in Ihr Risikoprofil auch passt. Ich glaube gerade im Explorationsbereich haben wir Leute, die in Explorationsaktien investieren, aber gar nicht wissen, welches Risiko sie da auch eingehen. Das ist tatsächlich etwas, was Sie immer ein bisschen im Hinterkopf behalten sollen, was passt zu mir. Freeport McMorrin habe ich dabei, die vielleicht auch ins Portfolio passen würde. Und zwar, wir sehen eine Rallye bei den Industriemetallen. Das hat so vielleicht auch nicht wirklich zusammengepasst. Denn wir sehen Kupferrallye und auch andere Industriemetalle relativ steigen aufwärtstrend, obwohl die Erholung noch ein bisschen hinterherhinkt. Aber wir haben wieder Nachfrage seitens China oder China. Von daher passt das schon. Und dass jetzt diese Industriemetalle sich relativ gut gehalten haben, obwohl der Gesamtmarkt, also dieser Standardaktienmarkt korrigiert hat, spricht dafür, zum einen, dass die Rallye bei den Standardaktien noch lange nicht vorbei ist, sondern nur pausiert, zum anderen spricht es auch dafür, dass das Beste vielleicht noch kommt bei den Industriemetallen. Wir haben das sehr, sehr häufig, dass in der spätzyklischen Entwicklung die Industriemetalle sehr gut laufen. Von daher, glaube ich, sollte man auch ruhig mal einen Kupfer und nebenbei auch Goldproduzenten mit ins Depot packen. Und da passt eigentlich eine Freeport McMorrin ganz gut. Charttechnisch, ja, sie ist gut gelaufen vom Tief weg, aber das haben sehr, sehr viele Aktien. Denn achten Sie mal ein bisschen darauf, wo kann das Ding noch hingehen und nicht so sehr, wo kommt es her. Wenn Sie mal schauen, oh, die ist schon so gut gelaufen, ich setze lieber auf diese Nachzügler. Meistens gibt es Gründe, warum diese Nachzügler denn auch Nachzügler sind. Von daher, meistens läuft eine Aktie schon gut gelaufen, ist weiterhin gut, während diese Nachzügler vielleicht dann auch Nachzügler bleiben. Also da muss schon eine Story dahinter sein, dass Sie so eine Nachzügler dann plötzlich kaufen können, dass er plötzlich explodiert oder losläuft. Also Freeport McMorrin ist auch eine Aktie, die ich mir gut in einem diversifizierten Portfolio vorstellen kann. Endeavor Mining, hat man schon ein paar Mal dabei, ist einer der großen oder mittlerweile der größte westafrikanische Goldproduzent. Nach der Semarfo-Übernahme wird die Bungu-Mine in Burkina Faso zurück in Produktion bringen in den nächsten Wochen. Beziehungsweise man produziert ja schon ein bisschen Verhalte, aber auch die Minenarbeiten sollen wieder vonstatten gehen. Sie kennen die Story, die Mine musste geschlossen werden noch zu Semarfo-Zeiten, als es zu Überfall auf einen Konvoi kam, der die von Bussen, also das war ein Buskonvoi, der hat die Arbeiter von der Mine zurück ins Dorf gebracht und wurde überfallen. Jetzt hat man Sicherheitskonzept aufgearbeitet. Man hat unter anderem Start- und Landebahn auf der Mine gebaut, damit man eben einige ein- und ausfliegen kann. Man hat Dörfer rund um die Mine angesiedelt, damit die Arbeiter einen kurzen Weg haben und all das soll eben vor zukünftigen Anschlägen oder Schießereien oder Überfällen schützen. Wenn Bungu zurück in der Produktion ist, ist Endeavor Mining meines Erachtens eine der günstigsten Produzentenaktien, die sie kaufen können. Rocksgold. Rocksgold ist, finde ich, so ein bisschen Juwel, das momentan noch ein bisschen unter dem Radar vieler Anleger läuft. Man hat auf der einen Seite die Yalomoco-Mine in Burkina Faso, Mine, die ihnen ungefähr 120.000, 130.000, 140.000 Unzen pro Jahr gibt. Und auf der anderen Seite haben wir zwei sehr, sehr aussichtsreiche Explorationsprojekte, Elfenbeinküste, sehr, sehr starke Ergebnisse, die wir zuletzt gesehen haben. Ich glaube, das könnte ein Gamechanger für Rocksgold werden. Von daher glaube ich tatsächlich, dass die Aktie, obwohl ein bisschen unter dem Radar ihnen vielleicht, ja, ich denke, Freude bereiten könnten, wenn sie sie in ihrem Depot beimischen. Eigentlich wollte ich erst in der nächsten Woche so ein bisschen zu Silberaktien und kleineren und Explorationsaktien kommen. Trotzdem mal ein Blick auf Amex Exploration, die ist nämlich gestern gestiegen gegen den Trend. Sie hat relativ stark korrigiert, die Aktie von ihrem Hoch weg. Gestern hat man dann bekannt gegeben, dass man die neue Finanzierung, die man gemacht hat, schließen konnte. Man hat jetzt reichlich Geld in der Tasche. Man hat ein Projekt, das ein bisschen an das Windfallprojekt von Ossisco Mining erinnert. Ossisco natürlich noch eine Nummer größer. Aber man hat hier auch erste metallurgische Tests gemacht. Die haben gezeigt, okay, wir können bis zu 99 Prozent des Goldes gewinnen, ohne ein allzu aufwendiges Verfahren zu machen. Von daher, die Story hat Potenzial meines Erachtens nach. Die Aktie hat korrigiert. Aber ich glaube tatsächlich, wenn es in ihr Risikoprofil passt, dass wir eine Explorationsaktie mit reinnehmen können, dann passt da, glaube ich, Amex Exploration. Zumindest, wenn Sie, wie gesagt, das Risikoprofil haben, sollten Sie mal einen Blick darauf werfen. In der kommenden Woche werfen wir einen Blick auf Silberaktien und auch noch auf die eine oder andere Explorationsaktie. Da kommen wir sicherlich auch noch auf Tourmalina zu sprechen. Aber da hatte ich in der vergangenen Woche selbst ein paar Aktien zugekauft. Und wenn ich jetzt dann darüber spreche, dann hat das immer so einen faden Beigeschmack. Also das Ganze vertagen wir dann auf nächste Woche und dann reden wir dann über Tourmalina und einige andere Explorationsaktien, die, wenn sie risikoreiche Aktienanleger sind oder das Risiko einschätzen können, vielleicht im Depot haben sollten. Von daher wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Bis dahin, machen Sie es gut. Servus. Servus.